Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken – Genuss für Geist und Gaumen. Nach dem Video über die Brickhaus Zigarre – das ist zwei Ausgaben her – erreichten mich doch einige Nachrichten, ob ich nicht noch eine weitere Zigarre vorstellen könne, die im unteren Preissegment angesiedelt ist, aber dennoch meines Erachtens nach empfehlenswert wäre. Zudem fragten sie auch, ob ich mal wieder eine Robusto vorstellen könnte und beidem komme ich gerne in diesem Video nach und habe mich entschieden für die El Brujito Robusto. Ich greife sie mal gerade aus dieser Kiste, die übrigens nicht so toll verarbeitet ist, vielleicht auch den Preis geschuldet, der Deckel wackelt, greife ich sie mal hier heraus. Und die El Brujito Robusto erfüllt meines Erachtens nach die von ihnen geforderten Bedingungen. Sie ist preiswert, sie ist empfehlenswert, inwieweit, da kommen wir dem Rauchverlauf zu. Und es ist eben ein klassisches Robusto-Format, das bedeutet, sie ist 13 cm lang und hat ein Ringmaß von 52, etwas über 2 cm. Also sie stammt aus Nicaragua und ist eine Puro, das bedeutet, alle Tabake stammen aus Nicaragua, sowohl Einlage als auch das Umblatt, als auch das Deckblatt. Eine Ausnahme bildet die Schweiz, die Zigarren, die in die Schweiz exportiert werden von der Tabacalera Alfambra, das ist die Manufaktur hinter der Zigarre. Die haben ein Ecuador-Deckblatt, ein Ecuador-Habano-Deckblatt. Bei uns in Deutschland und auch in Österreich und vor allen Dingen in Spanien, was der Hauptabsatzmarkt dieser Zigarre ist, da handelt es sich um ein Habano 2000 eben aus Nicaragua. Und der Preis, der ist mit 4,50 Euro wirklich für eine komplett handgefertigte Longfiller-Zigarre tatsächlich im unteren Segment angesiedelt. Der Kaltgeruch, leicht ätherisch. Das ist jetzt kein Eukalyptus oder sowas, aber vielleicht so ein bisschen wie Zirbenholz. Kiefer, Zirbe, so ein leicht ätherisches Nadelholz. Bisschen Leder. Ansonsten relativ unaufgeregt. Die Optik der Zigarre, ja, ist ein ansprechendes Milchschokoladenbraunes Deckblatt mit ein paar Schönheitsfleckchen, also ein paar hellere Flecken sind immer mal wieder zu sehen. Insgesamt nicht zu ölig, auch nicht wunderbar seitig, aber ich würde mal sagen, es ist ein ehrliches Deckblatt mit feinen Adern. Es sind keine groben Adern drin, also es ist auch von der Haptik her recht schön. Sie scheint gut gefüllt zu sein, knistert ein wenig und gibt leicht nach. Also von daher kann man sagen, ja, das kann was werden. Schneiden wir das gute Stück einmal an. Und im Kaltzug, ja, da kommt so etwas wie Milchschokolade, Holz, Leder, Laub, Herbstlaub. Das Ätherische vom Kaltgeruch schlägt hier nicht so zu Buche. Es bleibt mehr in diesem schokoladig-holzigen Laub. Zünden wir das Stück einmal an und ich erzähle Ihnen derweil, wer unser heutiger Götterfunkenparte ist. Und das ist der Dichter Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, Bekannter unter seinem Pseudonym Novalis, den aufmerksamen Germanisten und Schriftgelehrten, die womöglich ob meiner daktilischen Betonung des Pseudonyms unseres Dichters irritiert aufhorchen, sei an dieser Stelle gesagt, ja, ich weiß, dass wir es seit Generationen gewohnt sind, den Dichter Novalis auf der zweiten Silbe Novalis, dem lateinischen Folgen, zu betonen. Nichtsdestotrotz erwähnte bereits 1947 in seiner Nachkriegsausgabe, sehr kleinen Werkausgabe, Friedrich von Hardenbergs Werke, der Herausgeber ein gewisser Dr. Petrus Mainzer, dass der Dichter selbst sich auf der ersten Silbe, nämlich Novalis statt Novalis, betonte. Das hat sich bis heute nicht durchgesetzt, obwohl auch der vielleicht renommierteste Professor für Literatur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, Gerhard Schulz lehrt an der Universität Melbourne. In seiner Novalis-Biografie, die vor wenigen Jahren erschienen ist, auch auf diesen Umstand hinweist, dass unser Dichter eigentlich sich Novalis und nicht Novalis aussprach. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr durchsetzen und selbst bei mir kommt es ab und an noch vor, dass ich Novalis sage, obwohl ich seit Jahren gewohnt bin, ihn anders zu betonen. Aber vom Namen einmal tiefer in die Person gegangen. Ich werde nicht allzu viel zu seiner Biografie, ein paar Dinge muss man erwähnen, aber nicht allzu viel sagen, denn wir haben Novalis-Jahr. Denn 1772 wurde er geboren, wir feiern also den 250. Geburtstag. Und er starb schon sehr früh, 1801, mit nicht einmal 29 Jahren. Sie sehen, die Zigarre macht ordentlich Quallen und Dampf. Es ist ein angenehmer Rauch. Der Geschmack der ersten Züge bestätigt das Holzige, auch ein bisschen Leder. Es ist ein eher trockener Rauch. Es ist ein bisschen merkwürdig. Er hat was Cremiges und gleichzeitig trocken. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist ein bisschen verrückt. Dann kehre ich lieber erstmal in der Beschreibung zu unserem Dichter zurück und sage Ihnen dann, wenn ich etwas mehr geraucht habe, wie mein heutiger Eindruck dieser Zigarre sich im weiteren Verlauf darstellt. Unser Dichter, Friedrich von Hardenberg, übrigens Georg Philipp Friedrich, früher betonte man, war der letzte Name vor dem Familiennamen, der Rufname. Heute ist es ja meist umgekehrt. Da ist es der erste Name, wenn man mehrere Vornamen hat, der Rufname. Also Friedrich von Hardenberg, Novalis, wie kam es überhaupt zu diesem Pseudonym? Es war ein eigener Wunsch. Und der Name Novalis leitet sich wohl von einem sehr alten mittelalterlichen Zweig seines Familiengeschlechtes ab. Und da gab es einen Bernhard de Novali, oder Novali eben damals dem Lateinischen folgend. Und das kam daher, dass er sich als einer betrachtete, der Neuland bebaut. Und im Deutschen nannte sich dieser Familienzweig dann von Rode. Die rodeten also erstmal die Flächen. Den Acker, das war ganz bäuerlich gemeint. Die mussten erstmal die Wiesen, die Äcker bestellen, bevor sie ernten und ihren Reichtum sozusagen ausbilden konnten. Und von diesen von Rode, diesen Novalis, nannte sich dann Friedrich von Hardenberg Jahrhunderte später in seiner dichterischen Tätigkeit Novalis und übertrug diesen bäuerlichen, ackerbäuerlichen Vorgang des Neulandbebauens auf das geistige Metier. Er sei derjenige, der geistiges Neuland bebaut. Und das tat er tatsächlich, denn er war einer derjenigen, die das Tor zur Romantik durchstachen, die mit ihren Geistesblitzen eine neue Epoche entzündeten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, die richtigen Personen kennenlernten und damit eine ganze Epoche neu begründen konnten. In diesen Kreis gehört unweigerlich übrigens auch Friedrich Schlegel, der auch im selben Jahr geboren wurde, also auch 250. Geburtstag dieses Jahr feiert. Wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema, dieser Philosoph. Aber Novalis haben wir uns heute auserkoren. Und etwas zu seiner Biografie muss man vielleicht sagen, weil das immer wieder auftaucht, wie das überhaupt so vielen Romantikern anhängt. Sie seien so süßlich, so verweichtlich. Und das stimmt überhaupt nicht. Sie sind sehr empfindsame Menschen gewesen, aber sie standen auch mitten im Leben. Novalis hatte einen ordentlichen Beruf erlernt. Er war im Amtswesen des Bergbaus tätig. Er hatte also Kunde von Naturwissenschaften studiert. Er hat auch Jura studiert und war ein sehr bodenständiger Mensch. Gleichzeitig aber einer, der die Fantasie pflegte und ihren Wert begriff. Und einer, der geprägt wurde von einem wesentlichen Schicksal. Als er so um die 20, 21 war, lernte er, der übrigens nicht aus sehr reichem Hause kam, so auf einem Schloss geboren wurde, er lernte die junge, adelige Sophie von Kühn kennen. Die war damals, glaube ich, 12, 13 Jahre alt. Und wenige Jahre später, da war sie dann vielleicht 14 oder 15, verlobte er sich mit ihr. Und bevor es dann zur Heirat kommen konnte, verstarb sie sehr früh. Ich glaube, wirklich im Alter von 15 oder 16 Jahren. Und dieser Schock, der hat was in unserem Dichter ausgelöst. Der führte dazu, dass er das einzige wirklich abgeschlossene, mehrteilige Werk geschrieben hat. Alle seine anderen Werke sind mehr oder weniger Fragmente geblieben. Und das sind die berühmten Hymnen an die Nacht. Letzten Endes eine Totenklage auf die Verstorbene. Das ist die einfache, die, sagen wir mal, kitschig romantische Sichtweise. Sie hat aber einen tieferen, einen philosophischen Kern und berührt nicht nur den deutschen Idealismus, Kant, vor allen Dingen Fichte, sondern auch das, was Novelis den magischen Idealismus nennt. Es hat viel mit Transzendentalphilosophie zu tun. Und von diesen sechs Hymnen an die Nacht möchte ich jetzt in den ersten Götterfunken ein Beispiel geben, mit ein paar Erläuterungen. Die Hymnen an die Nacht Die Hymnen an die Nacht sind ein Zyklus von sechs unterschiedlich langen, bis auf eine Ausnahme größtenteils in rhythmischer Prose verfassten Texten, in denen Novelis, vordergründig betrachtet, den frühen Tod seiner Verlobten Sophie von Kühn verarbeitet. Aber in diesen geheimnisvollen, in Teilen schwer verständlichen, aber doch unmittelbar ansprechenden und berührenden Worten nur eine Totenklage für die kindliche Kaiserin seines Herzens und einen Ausdruck verweichlichter Todessehnsucht zu erkennen, lässt die tieferen philosophischen Gedanken und religiösen Konstruktionen unbeachtet und geht damit weit am eigentlichen Gehalt der Hymnen vorbei. So ist der Zyklus nicht unmittelbar nach Sophie's Tod verfasst, sondern wohl erst zweieinhalb Jahre später, als Novelis bereits neu verlobt war. Zwar steht der Schock, wie ein Damaskuserlebnis zentral in des Dichters Biografie und die Verweise auf dieses alles verändernde Ereignis sind besonders in der dritten Hymne, der einzigen, die in Gegenwartsform geschrieben ist, spürbar, wenn Novelis rückerinnernd aus seinem eigenen Tagebuch zehrt. Abends ging ich zu Sophien. Dort war ich unbeschreiblich freudig, aufblitzende Enthusiasmusmomente. Das Grab blies ich wie Staub vor mir hin. Jahrhunderte waren wie Momente. Ihre Nähe war fühlbar. Aber die Hymnen sind eben mehr als poetisch überhöhte Trauerbewältigung. Das reale Graberlebnis wird hier in bewusst komponierten, aufeinander Bezug nehmenden geistigen Textkonstruktionen zur ästhetischen Offenbarung einer neuen, frühromantischen Mittlerreligion. In ihr werden Pantheismus und Monotheismus miteinander verbunden, in dem Gott eins und alles zugleich ist und Religion nunmehr den Weg bezeichnet, durch den Mittler das Absolute zu erreichen. Dieser Mittler muss aber kein institutionell vorgegebener Prophet, Gottessohn oder Avatar sein, sondern ist ganz individualistisch und antidogmatisch stets frei wählbar und etwa eine Person, aber auch ein Gegenstand, ein Kunst- oder Naturwerk oder auch eine Vorstellung. Die Verbindung des Einen mit dem Allen kommt in den Hymnen an die Nacht im Prinzip der Unio Mystica mit der verstorbenen Geliebten zum Tragen, wobei die Vereinigung mit der Geliebten als Mittleren nunmehr das Einswerden des Ichs mit dem Absoluten bedeuten. Durch diesen zwar durchaus erotisch konnotierten, aber überhöht geistig-seelischen Liebesakt reißt das Band der Geburt des Lichtes Fesseln brechen, daß ich versinkt in die ewige Liebesnacht, Zeit und Raum verschwimmen, Leben und Tod erschließen sich als reines Sein in einem einzigen Moment. Einst, da ich bittre Tränen vergoß, da in Schmerz aufgelöst meine Hoffnung zerrann und ich einsam stand am dürren Hügel, der in engen, dunklem Raum die Gestalt meines Lebens barg, einsam, wie noch kein Einsamer war, von unsäglicher Angst getrieben, kraftlos, nur ein Gedanke des Elends noch. Wie ich da nach Hilfe umherschaute, vorwärts nicht konnte und rückwärts nicht und am fliehenden, verlöschten Leben mit unendlicher Sehnsucht hing, da kam aus blauen Fernen von den Höhen meiner alten Seligkeit ein Dämmerungsschauer und mit einem Male riß das Band der Geburt des Lichtes Fessel, hin floh die irdische Herrlichkeit und meine Trauer mit ihr. Zusammen floss die Wehmut in eine neue, unergründliche Welt, du Nachtbegeisterung, Schlummer des Himmels kamst über mich, die Gegend hob sich sacht empor, über der Gegend schwebte mein entbundener, neugeborner Geist. Zur Staubwolke wurde der Hügel, durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit. Ich faßte ihre Hände und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band, Jahrtausende zogen abwärts in die Ferne wie Ungewitter. An ihrem Halse weint ich dem neuen Leben entzückende Tränen. Es war der erste, einzige Traum und erst seitdem fühl ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht die Geliebte. Sie sehen es vielleicht, im ersten Drittel entwickelt sich schon ein gewisser Schiefbrand der Zigarre. Das Zugverhalten ist zwar nach wie vor gut, es ist nicht zu schwer, es ist nicht zu leicht, aber wir haben einen leichten Rollerfehler hier drin. Das passiert nicht bei allen Exemplaren. Ich habe schon einige für Sie verkosten müssen. Und auch gerne verkostet. Aber hier haben wir es wieder so weit. Man kann das, wenn es sich nicht selber korrigiert, ein wenig korrigieren, indem man ein bisschen vorsichtig hier nachflämmt. Damit reizt man aber auch, dass ein Teufelsfunken passiert und die Asche dann beim nächsten oder übernächsten Zug völlig unmotiviert aus Hemd fällt. Hoffentlich passiert es jetzt nicht. Glück gehabt. Geschmacklich entwickelt sich das erste Drittel Holz, Leder, Bleiben, auch Laub ist dabei, aber es kommen Rösttöne hinzu. Rösttöne, die etwas, einen Umami-Charakter, etwas Fleischiges haben, aber auch leichte Kaffeenoten, Röstkaffeenoten. Das ergänzt sich nun zu diesem Holz- und Lederspiel, dem etwas trockenen Rauch und eine gewisse Süße ist unterschwellig auch hinterlegt, aber das bleibt noch, sagen wir mal so, in einem dezenten Ausmaß. Ich weiß schon, das wird sich anders entwickeln, wird sich weiterentwickeln, aber in diesem ersten Drittel stehen diese herzhaften, diese Umami-Aromen im Vordergrund. Sogar eine gewisse Würzigkeit, die so, ja, etwas von einer klaren, guten Konsumee hat. Das ist auch mit darunter. Also es hat schon, für eine Zigarre, die wirklich so, günstig ist, 4,50 Euro, wie gesagt, für ein Robusto ist heute preiswertes Segment, handgemacht, durchaus ein vielfältiges Aromenspektrum im ersten Drittel, was sich da offenbart und der Blend scheint also gut gemacht zu sein und der Mann, der hinter dem Blend, hinter der Zigarre und auch hinter der Firma Alfambra steht, heißt Alejandro Alfambra und er war eigentlich immer nur ein Tabak, Tabaklieferant, das heißt, er war Tabakbauer, von der Pike auf, gelernt und, aber auch ein leidenschaftlicher Aficionado und irgendwann dachte er sich wohl so, warum soll ich eigentlich nur fremde Firmen mit meinen Tabaken beliefern, ich könnte doch auch mal eine eigene Marke auf den Markt bringen, einen eigenen Blend auf den Markt bringen und das tat er dann aber sehr, sehr gründlich. 2015 begann er damit, den ersten Blend richtig zu kreieren, seine Firma auch als Tabakalehrer zu gründen und das wollte er dann wirklich, wie manche ganz große Firma es nicht macht, Davidov gehört zu den Aussagen, die machen das wohl auch so, aber er als kleiner, wirklich kleine Tabakalehrer, macht es so, dass er von Anfang an, vom Samen bis zur fertigen Zigarre, alles in einer Hand behält. Er zieht den Samen auf, er zieht die Setzlinge heran, er pflanzt sie in seine eigenen Felder, ich glaube in Kondeja und Chalapa, da liegen seine Felder auf, in Nicaragua und er lässt sie dort gedeihen, heranwachsen, er erntet sie dann, er fermentiert sie selber, erst trocknet er sie, dann fermentiert er sie selber, dann werden sie sortiert, gelagert, damit sie noch mehr Aromen entwickeln können und dann werden sie auch in seiner Galera verarbeitet, gerollt und letzten Endes konfektioniert und so hat er alles sozusagen von A bis Z in seiner Hand. Eine Zigarre, die bei dem hohen Aufwand, den sie betreibt, oder den er betreibt, um sie fertig zu stellen, bei uns eigentlich recht unbekannt ist dafür. In Spanien ist sie mittlerweile die meistverkaufste Zigarre, das sollte uns ein bisschen aufhorchen lassen. Und hierzulande aber immer noch so ein kleiner Geheimtipp. Und auch Novalis, obwohl einer der bekannteren Romantiker vielleicht, ist vielleicht im Mainstream immer noch ein Geheimtipp. Und dieser Neulandbebauer schuf nicht nur den poetischen, den philosophischen und den magisch-mythologischen Hintergrund für die neue Epoche oder besser Geisteshaltung der Romantik, die sich nun Bahn brach, sondern er zog auch ihr bedeutendstes und wichtigstes Zentralsymbol in seinem Werk heran, nämlich das Sinnbild der blauen Blume. Die blaue Blume, die Novalis in seinem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen heranzog, wurde schnell zum Symbol der Romantik schlechthin. Bis heute werden nicht selten kitschigste Vorstellungen damit verbunden, was vermutlich mit dem sentimentalen Tonfall der Texte jener Epoche zu tun hat. Und auch Heinrich von Ofterdingen ist mit verzierter Feder geschrieben. Doch trotz vielem Ach und Weh und dem modernen Leser möglicherweise überzuckert vorkommendem Sprachduktus seiner Dichtung, wäre es sträflich falsch, in Novalis einen klischeehaft verträumten Poeten zu sehen. Im Gegenteil. Er war philosophisch hochgebildet, nahm von antiken Denkern wie Platon und Plotin bis zu den Größen seiner Gegenwart Kant, Fichte und Schelling die Ideen in sich auf. Ebenso war er naturwissenschaftlich geschult, hatte neben Jura mit Auszeichnung auch Bergbaukunde, Geologie und Mineralogie, Mathematik und Chemie studiert und arbeitete als Jurist, Verwaltungsbeamter und Bergbauingenieur. Er stand im Leben und war doch ein sensibler Poet, dessen Dichtung einem geistigen, ja geradezu religionsphilosophischem Konzept folgte. Das kann man sehr gut an der blauen Blume verdeutlichen. Gleich zu Beginn des Heinrich von Ofterdingen gesteht der Protagonist die unwiderstehliche Anziehungskraft, die die ihm bis dato nur aus der Erzählung eines Fremden bekannte blaue Blume auf ihn ausübt. Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben, sagte er zu sich selbst. Fernab liegt mir alle Habsucht, aber die blaue Blume sehn' ich mich zu erblicken. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn und ich kann nichts anderes dichten und denken. So ist mir noch nie zumute gewesen. Es ist, als hätte ich vorhin geträumt oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert. Denn in der Welt, in der ich sonst lebe, wer hätte da sich um Blumen bekümmert und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine Blume hab ich damals nie gehört. Es ist mir oft so entzückend wohl. Und nur dann, wenn ich die Blume nicht recht gegenwärtig habe, befällt mich so ein tiefes, inniges Treiben, das kann und wird keiner verstehen. Ich glaubte, ich wäre wahnsinnig, wenn ich nicht so klar und hell sehe und dächte. Heinrich konstatiert also nicht nur, dass ihm so unendlich wohl in der vergegenwärtigung der blauen Blume ist, sondern überdies, dass er klar und hell sehen und denken kann. Neben ihrer starken Anziehungskraft auf Heinrich ist das Wunderlichste an der im weiteren Verlauf der Geschichte als lichtblau beschriebenen Blume, dass im Blütenkelch ein Gesicht schwebt, welches sich im Fortgang der Handlung als das Antlitz von Mathilde Heinrichs Geliebte offenbart. Die hier und an anderer Stelle des Werkes noch deutlicher hervortretende Erotik des Motivs hat philosophische Hintergründe. Wie im Kern der Hymnen an die Nacht geht es auch im Symbol der blauen Blume um die Erkenntnis der Aufhebung des Unterschieds von Eins und Alles und um die Erfahrung dieser Ganzheit. Ich hörte einst von alten Zeiten reden, wie da die Tiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten. Es muß noch viel Worte geben, die ich nicht weiß. Wüßte ich mehr, so könnte ich viel besser alles begreifen. Sonst tanzte ich gern. Jetzt denke ich lieber nach der Musik. Nicht tanzen, sondern denken nach der Musik Novalis war zu seiner Zeit Avantgarde und seine Ideen sind gerade heute wieder aktuell, vielleicht aktueller denn je und die blaue Blume drückt letztendlich genau das aus. In ihr, dem Sinnbild einer zunächst unbestimmten Sehnsucht, liegt das Streben nach tieferer Erkenntnis der Natur und des Selbst. Oder, wie Ricarda Huch es Ende des 19. Jahrhunderts in ihrem immer noch lesenswerten Buch über die Romantik schrieb, die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen. Nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe. Von der blauen Blume zurück zum blauen Dunst unserer Zigarre. Im zweiten Drittel passiert noch etwas. Und zwar geht dieses Herzhafte jetzt zugunsten von ein paar süßlicheren Aromen zurück. Das Fleischige ist nicht mehr so im Vordergrund. Eher kommt der Kaffee, Kakao. Jetzt auch eine gewisse Cremigkeit. Auch der Rauch entwickelt sich. Er ist nicht mehr ganz so trocken. Er wird schmackhafter. Er wird angenehmer. Er hat weniger Spitzen. Am Anfang waren so leichte Spitzen im Rauch, die aber nicht störend waren, sondern eher pikant. Im Sinne wirklich eines pikanten Gerichtes. Jetzt wird es eher cremiger, passender zu den Aromen Kakao und Kaffee. Aber auch das, was wir am Anfang des Kaltgeroges haben, dieses Ätherische, dieses Zirbenholzhaftige, das kommt nun auch ein bisschen wieder in Richtung eher vielleicht von Anis-Lakritz so ganz minimale, zarte Noten. Das ist nicht viel. Aber es ist eine schöne, neue Aromatik, die sich hier hineinschleicht. Und bald, Sie sehen es, muss ich diese Bauchbinde abnehmen mit diesem merkwürdigen Symbol auf der Kiste. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Jetzt ist es vielleicht etwas deutlicher zu erkennen. Ich blende es sonst vielleicht, oder besser, ich blende es einfach noch einmal ein. Ja, diese merkwürdige Gestalt, das ist eben der El-Brojito, der kleine Magier, der kleine Hexer, der kleine Schamane, der kleine Zauberer. Mich erinnert es eher an eine andere Gestalt. Ich hoffe, ich darf, dass Sie einblenden. Es ist ein eigentlich frei zugängliches Bild. Da hat wohl jemand sein Spielzeug abfotografiert. Aber Sie wissen, wen ich meine. R2-D2 heißt dieser kleine, niedliche Droide. und an den muss ich immer denken, wenn ich diesen El-Brojito, diesen Schamanen sehe. Das ist übrigens eine uralte prähistorische Petroglyphe, also eine Felsmalerei, die in Esteli aufbewahrt wird, im Nationalmuseum oder im Städtischen Kulturmuseum, das ist es glaube ich genauer. Da findet man diesen Fels mit dieser Zeichnung, sind auch Felsen mit anderen Zeichnungen und Felsritzungen da. Und die stellt wohl nach Übereinkunft verschiedener Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eben einen Schamanen da mit einer Kopfbedeckung. In den Händen hält er wohl zwei Rasseln, die für seinen Tanz, für den Rhythmus seines schamanistischen Tanzes notwendig sind. Und er soll wohl auch mit einer Art Fell bekleidet sein und man sieht noch hinten hochkommen den Schweif eines Tieres, der an diesem Fell wohl dran war, der dann in drei Spitzen oder drei Fellteilen sich dann so auflockt, ein bisschen wie so ein Dreizack. Und zudem hat er in der Mitte auf der Brust wohl ein Kreuz, eine Art X, was so ein bisschen ein solares Symbol darstellt, also ein Sonnensymbol mit den vier Himmelsrichtungen, die dort angedeutet sind. Und das ist so die wissenschaftliche Interpretation dieses Schamanen. Und 1982 hat die Stadt Esteli dieses Symbol, diese Petroglyphe, auserkoren zum Symbol der Stadt. Und es wird dann bei vielen kulturellen Veranstaltungen auf Briefköpfen und auf Bannern dargestellt. Und es ist sehr beliebt geworden und in der Bevölkerung hat sich dann für diese Petroglyphe der Spitzname El Brojito, der kleine Schamane, der kleine Hexer-Zauberer durchgesetzt. Warum hat ihn nun Alejandro Alfambra für diese Zigarre gewählt? Es geht die Legende, dass in früheren Zeiten Schamanen auf die Tabakfelder gingen und diese Felder segneten, damit die Ernte gut gewesen ist. Das werden sie wohl nicht nur bei Tabak gemacht haben, wahrscheinlich auch bei anderen Ernten. Aber deswegen wählte eben Alejandro Alfambra das Symbol des kleinen Magiers für unsere Zigarrenlinie. Der große Magier Novalis, schon der Name hat was magisches, dieses Pseudonym. Man überlegt, es sind nur weiche Konsonanten, kein harter Konsonant und drei Vokale, die auch noch von dunkel nach hell aufsteigen, O-A-I Novalis, wie eine Zauberformel dieses Pseudonym des Neuland Bebauers. Und dieser ja unvollendet vollendete oder besser dieser vollendet unvollendete Dichter ist nicht nur wegen seines kurzen Lebens eine fragmentarische Gestalt geblieben, sondern sondern auch der Großteil seiner Werke sind Fragmente. Das romantische Fragment ist seiner Idee nach sowohl Sinnbild als auch Methode einer unendlichen Annäherung an das Absolute. Es begreift sein Sein in einem stetigen Werden. Sollte das höchste Prinzip das höchste Paradoxon in seiner Aufgabe enthalten? Ein Satz sein, der schlechterdings keinen Frieden ließe, der immer anzöge und abstieße, immer von neuem unverständlich würde, so oft man ihn auch schon verstanden hätte? Der unsere Tätigkeit unaufhörlich rege machte, ohne sie je zu ermüden, ohne je gewohnt zu werden. Nach alten mystischen Sagen ist Gott für die Geister etwas ähnliches. Novalis erkennt das Universum als ein Geflecht von raumzeitlich unabhängigen Beziehungen aller Dinge mit allen und jeder Knotenpunkt dieses Geflechtes ist ein Fragment. Für Novalis ist die Fragment Kunst auch ein geistiges Gespräch zwischen Autor und Leser, auch über Jahrhunderte hinweg, in dem Letzterer die absichtlich bruchstückhaften Impulse des Ersten aufnehmen und mit seinen eigenen Gedanken fortspinnen kann. In unserem Gemüt ist alles auf die eigenste, gefälligste und lebendigste Weise verknüpft. Die fremdesten Dinge kommen durch einen Ort, eine Zeit, eine seltsame Ähnlichkeit, einen Irrtum, irgendeinen Zufall zusammen. So entstehen wunderliche Einheiten und eigentümliche Verknüpfungen und eins erinnert an alles, wird das Zeichen vieler und wird selbst von vielen bezeichnet und herbeigerufen. Verstand und Fantasie werden durch Zeit und Raum auf das Sonderbarste vereinigt und man kann sagen, dass jeder Gedanke, jede Erscheinung unseres Gemüts das individuellste Glied eines durchaus eigentümlichen Ganzen ist. Nun im letzten Drittel, im dritten Drittel, die Bauchbinde mit unserem kleinen Zauberer musste ich abnehmen, schleicht sich eine gewisse Honignote in das Spektrum der Aromen mit hinein, aber bevor dieser Honig, der auch eine gewisse Würze enthält, an einen Waldhonig, an kräftigen Waldhonig erinnert, natürlich nur in Nuancen, Bevor diese Honigsüße nun abgleitet in eine falsch verstandene romantische Süße, wird sie direkt eingefangen von pfeffrigen Aromen, die nun an Lippezunge und Gaumen hinzukommen und so das Ganze wieder zurückführen auf diese fleischigen Aromen des mittleren, des herrlichen Drittels, sozusagen ein passendes Dessert bilden mit der Honig Aromatik zum Hauptgang im mittleren Drittel eine wirklich interessante Entwicklung die nicht so opulent ist wie bei Groß und Zigarren aber doch einen Reiz aufmacht den man nachspüren kann den man wenn man diese Aromatik in sich aufnimmt lange nachspüren kann und diese Zigarre schenkt einem dann eine gute blaue Stunde um in romantischen Sprache zu bleiben denn eine Stunde eine Viertel Stunden Genuss wird sie einem bieten wenn man sie langsam raucht und diese Verinnerlichung dieser Weg nach innen ist nun auch der letzte Götterfunken den ich Ihnen vor der Zeugnisvergabe präsentieren möchte denn auch da ist unser Novalis ein großer ein starker Magier ein großer Elbrucho ein Wort Magier der uns Geistesblitze schenkte für die Seele und der gerade das Seelische auch immer wieder in den Vordergrund schob und damit auch schon eine Grundlage schuf für die spätere Psychoanalyse für Freud und vor allen Dingen für Zegeljung Sonderbar dass das Innere des Menschen bisher nur so notdürftig betrachtet und so geistlos behandelt worden ist Die sogenannte Psychologie gehört auch zu den Larven die die Stellung im Heiligtum eingenommen haben wo echte Götterbilder stehen sollten Wie wenig hat man noch die Physik für das Gemüt und das Gemüt für die Außenwelt benutzt Verstand Fantasie Vernunft das sind die dürftigen Fachwerke des Universums in uns von ihren wunderbaren Vermischungen Gestaltungen Übergängen kein Wort keinem vieles ein noch neue ungenannte Kräfte aufzusuchen ihren geselligen Verhältnissen nachzuspüren Wer weiß welche wunderbare Vereinigung welche wunderbare Generationen uns noch im Innern bevorstehen Über 100 Jahre später fiel es einem ein und Anfang der 1930er Jahre schreibt der Begründer der analytischen Psychologie Karl Gustav Jung dass die Welt nicht nur ein Außen sondern auch ein Innen hat dass sie nicht nur draußen sichtbar ist sondern auch in zeitloser Gegenwart aus dem tiefsten und anscheinend subjektivsten Hintergrund der Seele übermächtig auf uns wirkt halte ich für eine Erkenntnis die unbeschadet der Tatsache dass sie eine alte Weisheit ist in dieser Form es verdient als ein neuer weltanschauungsbildender Faktor gewertet zu werden und Novalis war sicherlich ein deutlicher Impulsgeber für diesen neuen weltanschauungsbildenden Faktor denn bei den im magischen Idealismus des Dichters poetisch kulminierten Philosophien von dem Einen und dem Vielen geht es im Kern wie in der modernen Tiefenpsychologie darum äußere und innere Welten in Harmonie zu bringen diese Magie bezeichnet Novalis auch als Wechsel Repräsentationslehre des Universums er meint damit dass der Mensch eine Art Spiegelbild des unendlichen Weltalls ist und dass er deshalb im Inneren dieselbe Unendlichkeit besitzt Wir träumen von Reisen durch das Weltall Ist denn das Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht Nach innen geht der geheimnisvolle Weg In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten die Vergangenheit und Zukunft Kommen wir zum Zeugnis der Zigarre bevor ich hier noch eine Pinzette bemühen muss zur Optik und Haptik hatte ich einiges gesagt es ist eine ansehnliche Optik es ist kein Supermodel es ist eine schöne Haptik zur Verarbeitung muss man sagen ja sie entwickelt schon mal leichten Schiefbrand und das nicht nur bei dieser Zigarre sondern das kommt ab und dann häufiger vor damit kann der Aficionado umgehen das ist bei dem Preis auch kein Drama übrigens zum Preis es gibt auch zwei glaube ich bei uns vielleicht auch nur eine bin mir nicht ganz sicher noch günstigere Serien noch günstigere Serien der Tabakalera Alphambra eine davon hatte ich probiert die hat mir nicht so zugesagt wenn sie ihnen mal unterkommen schreiben sie mir in die Kommentare ob sie ihnen gefällt sind auch handgemachte Longfiller soweit ich weiß aber von denen die ich bisher geraucht habe ist mir tatsächlich die El Bojito die allerliebste denn zur Aromatik kann man sagen ja für eine solche Tageszigarre Alltagszigarre die einem aber immerhin schöne Zeiten schenkt um sich aus dem Alltag wieder zurück zu nehmen um einen kurzen romantischen Urlaub zu machen mit sich selbst oder mit Freunden für eine solche Tageszigarre hat sie eine wirklich schöne Aromatik eine sich entwickelnde Aromatik die nicht langweilig wird das Zugverhalten ist durchweg gut das muss man wirklich sagen bis sehr gut es sind schon mal ein paar man sagt salopp verknallte Zigarren dabei die dann zu fest sind in so einer ganzen Kiste die man nicht so gut rauchen kann aber das gro würde mal sagen so 80% haben wirklich ein gutes bis sehr gutes Zugverhalten und ermöglichen auch Einsteigern einen leichten Genuss wobei diese Zigarre für Einsteiger vielleicht nicht ganz so geeignet ist wie die Brickhouse von der ich am Anfang noch mal sprach finden sie die besprechung zwei videos zuvor der Preis ist für mich top 4,50 da kriegen sie kaum was für in diesem Bereich die Stärke ist durchaus als mittelkräftig einzustufen und so ergibt sich die nun dargestellte Punktzahl in den einzelnen oder Funkenzahl in den einzelnen Feldern die sie hier eingeblendet sehen und zum Schluss bleibt mir nur wie immer mein üblicher Spruch denken sie daran manchmal ist eine Zigarre auch einfach nur eine Zigarre zu zu zu